Hallo und Willkommen auf der Seite für die Andrease zu meinem Zusammenhuckerten mit der Gerdi bin ich ja ewig. Also beim Einkaufen fünf Vorfälle, Frauen die die Beine querstellen für Kindeswisbrauch rituell, das wollen wir mal beiseite lassen das Thema, damit das ja nicht wieder vorkommt. Und diese gestellten Vorfälle ja fünf frisierte, zwei Andrease frisiert und jetzt in meiner Wohnung. Jetzt geht es in meiner Wohnung weiter. Ja es hat einen Luft Andreas mich nicht einmal Bröller essen lassen, dass er in Rage gesetzt wurde, mich vertreibender halt fast. Also die haben einen Dachschaden wegen dieser Satanhetze und Luziferphobie. Ich setze drunter die Links, die entscheidend sind zu erklären wie diese Antischreckhetze zu verstehen ist. Gehabt euch wohl bis gleich. Danke für die Hilfe wenn was ist. Ja es hängt da ein in der Luft. Bis dann.